Hallihallo, wie geht's denn so? Ich bin wieder da, nach einer Woche. Ich habe, äh, es sind noch nicht alle Videos der letzten Aufnahmesession, äh, veröffentlicht, aber ich dachte mir, ich fang schon mal an, weil, äh, in der Woche aufzunehmen geht sich für mich schlecht. Ja, ich habe diesmal vor, alle Folgen, äh, gleich am Stück aufzunehmen, das heißt, ähm, nicht nur, äh, pro Video, äh, anfangen und, äh, dann die Aufnahme beenden, gut gedeutscht, die Aufnahme nicht anfangen und dann beenden, sondern, äh, zum Beispiel jetzt drei Videos für drei Tage die Woche einfach, äh, ja, hintereinander aufzunehmen und die drittle ich dann einfach im, im, im Schneideprogramm. Ja, hier ist unser Ritter, Ritter Dosenfutter in voller Pracht, wie man sieht vom letzten Mal, äh, ja, diesmal hatte ich vor, vielleicht, äh, Duelle zu machen, oder, oder die Horde auszuprobieren. Oder Battle Royale vielleicht, oder noch mal Frontline, äh, Frontline, aber diesmal mit, mit Bitmix. Ja, mit Waffen. Mit neuen Waffen? Ich weiß es nicht. So, das ist unser Kurzschwert. Wir haben, ich habe, äh, mir überlegt vielleicht demnächst mir ein Schild zu besorgen. Wo, 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 wo gibt's die Schilde? Halt! Hier. Äh, ja, stimmt. Reiecksschild, Targe, Babel, Paveseschild, Normalenschild, Faustschild... Ich glaube, ich wäre für den, ähm, für den, für das Dreiecksschild, für das Dreiecksschild. Und vielleicht, äh, noch, ich hatte noch vor, vielleicht mir eine andere Rüstung anzulegen, weil das ist ja sowas wie die Standardrüstung, die man haben kann. Und mir vielleicht etwas mehr Kleidungsstücke zu geben, zum Beispiel, äh, wo, hier, äh, Ärmel oder so. Äh, 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 nein, wo, ja. 4.500 Gold, was ist das im Teufel? Die Platten haben wir hier gesehen ganz gut aus. Äh, wie dem auch sei, äh, das Schwert können wir hier auch auswählen, aber ich glaube, das macht nix. Rehrstange ebenfalls. Ja, ich glaube, das ist nicht schon so ganz gut. Oh! Oh, okay. Schadenstabelle, leichte Rüstung, keine Rüstung, mittlere Rüstung, schwere Rüstung. Oh! Okay. Okay. Ja, das wird ja lustig. Also. Äh, ja. Hm. Ja, äh. Wo kann man denn hier jetzt... Ähm. Äh, hier, äh. Wie heißt das nochmal? Äh. Oh, mein Blackout. Äh. 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 Wie kann man das alle machen, oder so? Ach, wir machen du alle einfach hinter Frontline. Ja. So. So. Äh. So. Äh. So. Äh. Vielleicht zieh ich mir auch ne andere Rüstung an. Mal schauen. Und vielleicht, ich glaube ich hatte vor, äh, 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 Ladebildschirme rauszuschneiden. einfach damit es schneller geht und naja die sind eigentlich schön einigermaßen naja einfach um keine zeit zu verschwenden ich meine verwischt denn sonst hier die ganze zeit machen wütze erzählen kann er sonst ja ich glaube ich schneide die raus ja hallo ok ich hoffe ich hab's ausgeschnitten und es nicht vergessen blau ist voll dann gehe ich mal in rot rein und jetzt darf ich nicht vergessen dass ich die blauen schlachten soll die blauen mit meinem kurzschwert streicheln soll ja spielen so ja es ist eine woche her wenn ich sogar länger liegen die in führung ich weiß nicht dann dann wo oh ups äh nein wobei die taste oder das c C, A, C Side 2, nice Hier Moment, hat es ein Sprachbefehle? Äh, U, S, B, O, A, N, M, M, O, X, Ähm, Moment, T, Z, U, O, U, nein, I, Hä? Ach, das war P. Naja, egal. Das ist nicht... Ja, gerne. Bin ich langsam. So, was kann man hier machen? Nix. Oh. Oh. Lend me your aid. Huh? Oh. Oh. Ah. Ah. So geht das also. Alles klar. Oh. Oh. Ja. Oh. 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 Herr. ieves. Oh. Ah. 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 ok na dann da ist die burgenschütze wie ist denn das passiert? warum? verdammt na ja deswegen spiele ich sie um zu lernen oh kein schild mehr da na ja ist das schwer? nein, hier ist auch nix was ist das? ich finde es cool dass man hier tote looten kann hat jemand auf mich geschossen? oh hallo was bist denn du für ein schöner spear? wo sind denn alle? ist das ein feind? nein ist das ein feind? nein, das ist kein feind wer ist denn der könig? ah, feuer, 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 feuer wauah, zufrieden, zufrieden! Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ja. Das ist echt nicht so einfach. Aber wir scheinen vorzustürmen, das ist schon mal ganz gut. Hey, das ist doch... Was ist das für ein Schwert? Was hat Schwert? Nein, danke. Ich? Oh. Ah, Kavallerie. Oh. 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 Ich habe noch ein Wettbewerb mit dir.